Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren Video Tipps und Tricks zur Plan Calnova. Und in diesem Video möchten wir Ihnen gerne den Referenzmanager vorstellen. Der Referenzmanager ist Bestandteil des Moduls Nova Basis und wir stellen fest, dass dieser von vielen Kunden noch nicht genutzt wird und deshalb stellen wir ihn hier einmal vor. Ja, der Referenzmanager arbeitet im Projekt, kann also auch nur mit den Zeichnungen im Projekt zusammenwirken und die erste Bedingung ist, dass Sie die Zeichnungen entsprechend dem Referenzmanager zuordnen. Ich habe hier ein kleines Beispielprojekt und Sie sehen, dass ich hier hinten über diesen Button Referenzzeichnung zuordnen mir schon alle Zeichnungen dem Referenzmanager zugeordnet habe. Wichtig ist hierbei, die eingelesenen Architektenzeichnungen auf Basis zum Beispiel einer DWG müssen auch als Modellzeichnung dem Geschoss zugeordnet werden, damit Sie mit diesem Referenzmanager mitspielen können. Ja, wie sieht normalerweise unsere Referenzierung aus? Ich rufe mal die EG-Zeichnung auf. Hier in dieser EG-Zeichnung habe ich die Architektur schon dahinter liegen und ich kann jetzt über rechte Maustaste Referenzen mir zum Beispiel die Heizungszeichnung dazu nehmen, damit meine Steckdosen nicht hinter dem Heizkörper sitzen. Und Sie sehen, wir haben das hier nur über so einen kurzen Text plakativ dargestellt. Dann wird die Heizungszeichnung als Referenz hinterlegt und wenn ich die einfärben möchte, kann ich hier Farbe fixieren wählen und dann wird das entsprechend vorgenommen. Ja, mit dem Referenzmanager kann ich jetzt folgendes machen. Ich rufe mir den auf Projektebene, rechte Maustaste, Referenzzeichnung zuordnen auf. Und jetzt gehe ich mal im Erdgeschoss in die Sanitärzeichnung. Sie sehen, hier ist die Architekturzeichnung zugeordnet. Ich muss diese Zeichnung jetzt nicht öffnen, sondern kann von dieser Warte aus mir die Elektro- und die Heizungszeichnung da hinzufügen. Ich kann dann zum Beispiel entscheiden, dass die Heizungszeichnung in der Farbe fixiert werden soll. Bestätige dies und rufe mir jetzt die Sanitärzeichnung Erdgeschoss auf. Das ist die Sanitärzeichnung. Ich habe die Elektrozeichnung farbig dahinter gelegt. Die Heizung habe ich dort schon eingefärbt. Ich kann dann hergehen und entsprechend diese Einstellung über den Referenzmanager auch verändern, jederzeit. Ich kann also jetzt wieder über den Referenzmanager die Sanitärzeichnung nochmal aufrufen. Ich nehme hier die Heizung entsprechend raus, lösche die also. Er fragt mich ab, soll die gelöscht werden, jawohl. Und nehme jetzt alternativ die Lüftung hinzu. Und könnte jetzt auch sagen, für alle Referenzen, ich möchte die Farbe fixieren. Und sofort, wenn ich mir dann wieder die Sanitärzeichnung aufrufe, sehe ich, jawohl, die Sanitärzeichnung Elektro-Lüftung ist eingefärbt. Lüftung haben wir hier zwei Kanäle eingetragen. Die werden im Moment noch farbig geschädet. Das könnte ich auch umstellen. Und ich kann so von extern im Grunde die Zeichnung beeinflussen. Das ist besonders bei großen Zeichnungen wichtig. Ich gehe nochmals in den Referenzmanager. Zeichnungen, Referenzzeichnungen zuordnen. Sie können jetzt auch hergehen und können vor dem Öffnen einer Zeichnung die Sichtbarkeit einstellen. Gerade bei großen Projekten, großen Zeichnungen, ersparen Sie sich da immense Ladezeiten, wenn Sie vorm Öffnen der Zeichnung hergehen und die Sichtbarkeit von Zeichnungen ausschalten und dann entsprechend sich die Zeichnung wieder aufrufen. Die Referenzen sind jetzt noch vorhanden, aber sie sind nicht sichtbar und müssen demzufolge auch nicht geladen werden. Das kann schon deutlich Zeit in der Projektbearbeitung sparen. Eine weitere sehr schöne Möglichkeit ist, dass wenn ich mir eine neue Architektur im Projekt zur Verfügung stellen möchte, Das mache ich jetzt mal gerade. Ich rufe mir hier eine DBG-Zeichnung auf, gehe einmal kurz in die entsprechende Skalierungsfunktion und nehme jetzt diese Zeichnung in das Projekt auf. Machen wir ein EG Neu da draus als Modellzeichnung in dem Bereich Architektur. Erdgeschoss, jawohl. Und ich gehe jetzt noch kurz her und setze das Weltkoordinatensystem entsprechend dem festgelegten Weltkoordinatenpunkt für dieses Projekt und speichere jetzt entsprechend die Zeichnung hier ab. So, und jetzt kann ich hergehen, ohne dass ich irgendeine Zeichnung öffnen muss, kann ich über Referenzzeichnungen zuordnen, an einzelne Zeichnungen herantreten. Fangen wir hier vielleicht mal im Erdgeschoss an. Und ich kann jetzt entsprechend die Architektur rausnehmen. Jawohl, die soll rausgenommen werden. Und kann hier die neue Erdgeschoss-Architekturzeichnung hineinnehmen. Ich kann auch hergehen, gehe mal hier auf die Lüftungszeichnung, kann ich direkt auf Neu klicken, hake hier die alte Architektur aus und hake die neue Architektur ein. Und sofort, in dem Fall war es Elektro. Gehe nochmal kurz rein. Ich will natürlich EG Neu ist unsere Architektenzeichnung. Und so kann ich hier sehr zügig meine Zeichnung entsprechend umstellen. Ich kann jetzt hier auch noch Gewerkezeichnung rausnehmen, lasse nur die Architektur drin und habe jetzt hier fürs Erdgeschoss sehr schnell meine Zeichnung geändert und habe jetzt hier die geänderte Architektur enthalten. Das ist also eine sehr schöne Möglichkeit, um für das komplette Team, welches am Projekt arbeitet, neue Architekturzeichnungen zur Verfügung zu stellen. Ja, das sind auch eigentlich so nochmal zusammenfassend die zwei entscheidende Punkte. Sehr schnell von außen die Sichtbarkeit oder auch das Einfärben der Referenzzeichnung zu ändern oder Referenzzeichnung rausnehmen und eine neue Referenzzeichnung der Zeichnung hinzufügen. Während dieser Bearbeitung muss die Zeichnung auch gespeichert werden, damit sie diese Änderung der Referenzen mitbekommt. Dieses Speichern ist aber tatsächlich nur ein Bruchteil des Zeitaufwandes, den Sie haben, wenn Sie die Zeichnung erst komplett hochladen, ändern und dann wieder speichern. Ja, wir hoffen, dass Ihnen dieser Tipp bei der täglichen Praxis hilft und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir hoffen, dass Sie die Zeichnung sind.